Moins Leute, Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild Folge 101 und wenn ihr die erste Mal die Folge verpasst habt, dann guckt euch gerne an, die Playlist wird oben eingeblendet Wir machen erstmal hier weiter Schloss Hyrule, ich könnte natürlich den Durchgang da versuchen zu nehmen Den ich da gerade letztes Mal schon gefunden habe Müsste ich aber irgendwie reinklettern und ob ich dann da durchkomme, weiß ich nicht Ich würde einfach vorstellen, wir gehen hier zurück, ein Stück Hier unten ist ja schon der Zugang, den wir das erste Mal genommen haben Genau hier unten nehme ich Ich glaube hier, ne, hier links, also da, rechts jetzt Genau, da war ja noch ein Korridor, den wir einfach nehmen können Da haben wir uns ja noch gar nicht umgeguckt, hier ist wieder offen, alles klar Wieder zu, hoch hier, komm Ja, hoch, danke So, und ich setze mal wieder die Crocs-Maske auf, denn ich würde schon gerne die Crocs weitestmöglich mitnehmen Ich glaube zwar nicht, dass ich alle finden werde, ich habe ja schon einen verpasst am Tor Keine Ahnung, wo der da ist, ich habe es immer noch nicht gefunden oder irgendwie nochmal nachgeguckt Aber genau, hier war der Korridor, den ich meinte Da wollte ich ja letztes Mal nicht langweilig dachte, da geht es irgendwo hin, wo ich noch gar nicht hin wollte Aber, ja, ich habe jetzt nicht so viele Möglichkeiten noch Ich kann mal gucken, geht hier vielleicht irgendwie ein Auge weg Ja, das da, dann komme ich nämlich wahrscheinlich auch da durch Zack Das ist aber bestimmt der Weg, den ich da letztes Mal gefunden habe, oder Ich gehe auf jeden Fall sehr danach aus Ja, genau, das ist er hier Hier waren wir gerade Einfach den Schleim wegmachen, dann sind wir hier fertig So, ist hier eine Truhe Irgendwo versteckt, hier hinterher bestimmt, oder Ja, genau, wusste ich es doch Königsschwert mitnehmen, Königsschild kann ich nicht mitnehmen Königschuld, aber ich glaube, der macht keinen Sinn Antiker Fall mal 3, sehr schön Ich bleibe davon mittlerweile an, ich habe da 21 Stück schon von Also ich kann ja mal gucken, ich kann den ja wegschmeißen Gucken, ob der einen anderen Effekt hat Sieht aber nicht so aus, ja, da macht es keinen Sinn eigentlich Da der länger haltbar ist Lasse ich den auf jeden Fall mal dabei, den Ritterschild Und wenn der kaputt geht, ja, dann ist es halt so Gucken wir uns doch mal hier im Schloss jetzt noch ein bisschen um Da ist nix Ist ja irgendwo mal eine Tür wieder Die ich rein kann Also das ganze untere Stück, da war ja der Kerker Da waren wir ja im Grunde auch schon Da gucke ich gar nicht mehr nach So, wo geht es denn hier lang? Oh, hier ist ein Krog irgendwo hier unten Wo sind wir denn hier? Ne, darunter geht es auch wieder zum Kerker, ne? Ja, okay, dann muss ich irgendwo ganz woanders lang Ich muss da hinten irgendwie hin Wie komme ich denn da hin? Ich bin ja hier ganz falsch Hier will ich aber weiter nicht hin Warte mal, da ist aber noch irgendwo so ein Gang Und direkt unter mir nämlich Also wenn ich da hingucke, dann Da muss ich hin Da möchte ich hin, da rein Was haben wir denn hier jetzt gefunden? Da ist ein Durchgang Weg hier, weg hier, weg hier Vorsicht Oh, den hat's wohl auch erwischt Den Kumpel da Das war auch nur eine Truhe Ah, wartet mal Ah, ein Auffind, sehr gut Da komme ich jetzt immer hoch Ach, komm, den Kumpel Mach mal platt hier Ich brauche hier nur eine Kiste Der Arme Sagt, weg ist er Ist hier vielleicht ein Krog drin? Ne, diesmal nicht Schade Na, kann ja nicht immer so sein, ne? Eldrazan, nice Dann fehlt hier eigentlich nur noch der Farodrazan Ritterschwert Toll, wo ist jetzt der Krog? Das ist das Problem, ne? Kann man hier überall suchen Ah, ist er überhaupt hier in der Kammer? Ich glaube ja nicht Ah, ist er hier drunter vielleicht? Kann man's kaputt machen? Ich hab gar kein Zweien da mehr Kann das sein so richtig? Außer jetzt hier die Die Elementarwaffen Nee, das kann man nicht kaputt machen Schade Ist ja hier irgendwas metallisch oder so Auch nicht, ne? Nö Das ist der auch Über den komm ich jetzt immer wieder hoch Der Krog, der kann doch schon wieder überall hier sein Ist ja noch ein August zum kaputt schießen Nee, ne? Bam Der ist gleich down Nehmen wir mal hier das Königsschwert Und weg Alter, der hat ja doch noch einen Angriff überlebt Ah Eine garde helle Bar Die nehm ich mal mit Aber lass ich dafür hier den Meteor stopp glaube ich Ich hab genug Feuer Obwohl, ne Man ist doch hier schon fast kaputt Echt, die Feuerlanze, die helle Bar Da möchte ich gerne mit mir so Was gerade ist, hätte ich echt gerne vervollständigen Bevor ich hier rausgehe Ne, aber was mach ich denn hier Warte mal, andere Waffen benutzen So Oh, Röstäpfel direkt gemacht Rösteichel, auch gut Ach, warte, aber ich bin doch hier wieder in diesem Gang Wo doch eh ne Truhe war Wo ich doch eh schon Krog gehört habe Ich dachte, den hätte ich noch gefunden Genau hier Okay, ich schläge da aber auch nicht mehr aus Ne, dann war es doch wohl der Krog, den ich noch gefunden hatte Aber hier muss irgendwo was sein Ist dem irgendwas auffälliges? Ich sehe hier nichts, ey Ich glaube hier irgendein Stein sein, der hier ganz komisch in der Ecke liegt Ganz ehrlich Kann man da hochschwimmen? Mit dem Wasserfall? Ich glaube eh nicht, oder? Man muss ja sowieso schon schwimmen Oh, nehmen wir noch mit das Herz So Kann es nicht auch ganz oben sein? Ach da Auf dem Steiner vielleicht Ja Mach das Segel nicht wieder auf, Link Genau Du bist ein Held Da ist er doch Der Kleine Gefunden So, weg Hau ab Ich gehe wieder hoch Okay, dann scheint hier echt nichts mehr zu sein Äh, außer hier die Moblin Hauer, die hier rumfliegen Na Kriege ich den auch noch? Den letzten? Ja Er klettert letztes Stück hoch, Link Komm Ich könnte da mal rausgehen, gucken was da ist Und dann nach oben Weil oben ist ja auch noch ein Durchgang Einfach direkt nach oben Warte mal Ist aber bestimmt irgendwo geschützt Oder? Ein Wächtergeschütz Genau Hier ist nämlich die Treppe Perfekt Passt ja dann Ich finde die Mucke hier aber auch so geil, ne? Da ist ein Wächter da hinten Ich sehe ihn schon War er mich noch nicht Aber noch viel weiter hoch muss ich Ah ne Das ist aber auch nur der Durchgang zum Zu Seltas Zimmer, ne? Zum Labor und so Ja Da muss ich eigentlich echt ganz woanders bleiben Ich muss da hinten in die andere Ecke Oder da unten rein Ich glaube da unten geh ich jetzt auch rein Kommt Ob ich denn da irgendwie Ja, ungesehen Schon mal nicht Ja, er sieht mich sogar Komm Versuchen wir ihn einfach zu killen Wenn er jetzt auf uns schießt Okay, da muss ich helfen Nicht schlimm Wifa ist ja auch wieder bereit Jawohl Perfekt geblockt Also ist er jetzt down Auf jeden Fall der Alle Wächter da hinten Ja, perfekt Dark ist noch dabei Das ist ja ein Wächterwrack Ist ja richtig easy zu besiegen Kann ich ja richtig nach rangehen Guck mal Oh komm, schieß Zack Vielleicht kann ich auch oben bleiben Anstatt runter zu gehen Erstmal noch ein Stück Vielleicht finde ich ja hier noch was Außer den Weg zum Thronsaal Wo ich noch nicht hin will Warte mal Da fliege ich jetzt auf jeden Fall nochmal rüber Da ja hier der Wächter gerade gestorben ist Ist hier eine Truhe drin? Leider nicht Schade Das ist ja wieder eine Etage höher Wahrscheinlich Ja, hier war er Die geben aber auch nichts Gescheites Irgendwie die Viecher Was haben wir denn hier oben? Offensichtlich keinen Krog Sonst wird der ja schon ausschlagen Oh doch, hier ist ein Krog in der Nähe Ist der über mir Oder ist der untermäß die Frage? Muss ein bisschen aufpassen Ich werde hier ein Wächter Da ist auch einer Der hängt da einfach an der Wand Der kleine Sack Komm schon, schieß Zack K.O. Da kann ich auch rein, ne? Jo, da komm ich auch rein Sachen lade ich mir natürlich nicht hingehen hier So, der Krog, der muss irgendwo da hinten sein Entweder oben drauf Oder unten drunter Kann ich hier die Bäume hochklettern eigentlich? Hinten nicht, ne Ist der vielleicht echt hier oben irgendwo in der Ecke? Was ist denn hier? Ja, der ist hier Definitiv Verdammt Ich hab irgendwas kaputt gemacht Aber ich weiß nicht was So, hier ist er doch, der kleine Hat sich hier versteckt In der letzten Ecke wieder So kann ich die Maske Sonst hätte ich den niemals gefunden Never ever So, jetzt gehen wir mal da rein Wo kommen wir denn da hin? Wieder in den Kerker oder was? Warte, was ist denn hier oben noch? War noch ein Krog? Ne, ne Tua Nehmen wir auch noch mit Ach ne, falsches Modul so Ist das hier Ich stehe jetzt überhaupt weg Warte mal, ich haut da mal jemand da hin Perfekt So, aufmachen, Link Naira Schuppe, da haben wir doch Ne, warte, nur Naira Zahn und Älterer Zahn hatten wir, ne? Es gibt einfach die Drachensachen hier in den Kisten Oder was ist ja auch geil So, wo geht's denn jetzt hier hin? Möchte ich überhaupt lang? Ich glaub schon, hier bin ich glaub ich richtig, genau Hier wollte ich hier in den Ding Abzweig Die Krog ist direkt wieder und flieht hier Die Krogmaske Direkt wieder dabei Oh, ein Auge, okay Danke, für die Warnung Dass die so laut sind, wenn die aufgehen, die Augen Aha Was will er denn da hinten? Ist hier oben irgendwas? Nö Das war nicht, die Meerenbogen setze ich auch mal weg Bin ich mal hier in etwas stärkeren Er ist da und so Tschüss Die Bibliothek ist hier, ne? Richtig gesehen Es ist auch so viele Blöde Exerfos, ne? Hier find ich doch auch bestimmt die Hinweise für die Küche und so Äh, die Küche nicht unbedingt, aber für die Irgendwas war doch hier In der Bibliothek, glaub ich Nett, die nicht so Der ist gleich down Guck mal jetzt Königsschmitte und weg ist er So Was ist mit dem Kollegen da unten? Oh Ist doch nicht so geil Und tschüss Ich hab gar keine Chance, ey Die haben Exerfos Also hier ist schon mal kein Croc mehr Der muss also irgendwo da hinten sein Auf der anderen Seite Warte mal Ist da vielleicht wieder irgendwo ein Emblem einfach Wo ich reinschießen muss Was ist das denn hier? Ich weiß auf jeden Fall, dass man ein Bücherregal, genau Da kommt man nämlich durch Kann man einfach so die Tür wegziehen, quasi Den geheimen Gang Hier ist auch kein Croc drin, oder? Ein Gadeschild Studierzimmer des Königs Genau, hier wollte ich nämlich hin Den nehmen wir mit So, hier bricht der Croc auch wieder aus Aufzeichnung von Ruam Bosphoramus Ne, Bosphoramus Highwool Lesen Ja klar Am heutigen Morgen wurde mir eine Tochter geboren Den königlichen Traditionen folgen, nannte ich sie Zelda Der Gebrauch von Feder und Tinte liegt mir nicht Doch ist der heutige Tag anders genug, eine Chronik zu beginnen Die Berichte über Reliktfunde häufen sich Die Vorhersagen des Weisssackers erweisen sich als zutreffend Die Verheerung Gano ist kein Fabelwesen, sondern existierte in Highwood tatsächlich Wir müssen alle Relikte erforschen Doch allein für die vier Titanen wird dies Zeit brauchen Zelda's Augen erstrahlten, als ich hier von den Relikten erzählte Die scheint eine Begabung für die Wissenschaften zu haben Sehr gut Der Tod der Königin kam plötzlich So plötzlich, dass mir alles noch wie ein böser Traum erscheint Zelda weinte weder bei dem folgenden Straßbegräbnis Noch tut sie es, wenn sie mit mir allein ist Vielleicht liegt es daran, dass ich ihr immer wieder sagte Dass eine Prinzessin Selbstbeherrschung zeigen müsse Für eine Sechsjährige war ihr Verhalten herausragend Ich muss sie im Geiste ihrer Mutter erziehen Zelda ist von ihrem Besuch an der Quelle zurückgekehrt Ihre Kräfte, die Feierung zu versiegen, sind nicht erwacht Der Tod ihrer Mutter ist nun ein Jahr und drei Monate her Vielleicht hat sie dies noch immer nicht ganz verwunden Drohte nicht die Prophezeiung von der Feierung Garner sich zu bewahrheiten Ließ sich hier alle Zeit der Welt Doch die Zeit läuft uns davon Es tut mir in der Seele weh, ihr zu befehlen Ihr Training an den Quenzen zu intensivieren Also für ihn war es auch nicht einfach Da mit ihr so streng zu sein und so Ihr zu verbieten, dass sie nicht mehr weiter forschen und alles Er hat hier sogar noch mal erzählt Hätte er das nie gemacht, hätte sie wahrscheinlich niemand angefangen zu forschen Ich hörte, dass Zelda weiterhin an den Relikten forscht und beschloss sie dazu zu befragen Sie gab vor, nur in ihrer Freizeit zu forschen, dennoch schalte ich sie Ihre Kräfte erwachen nur deshalb nicht, weil sie ihre Zeit damit verplimpert, Wissenschaftlerin zu spielen Ja, kann man auch so sehen Um ehrlich zu sein, verstehe ich Zelda's Gefühle Sie verlor ihre Methodin, ihre Mutter Bevor sie von ihr lernen konnte Seit 10 Jahren nun versucht sie vergeblich Sich selbst etwas beizubringen, wie dass es keine Lehrbücher gibt Im Schloss zuschelt man hinter ihrem Rücken über sie Und ich, ihr einziger Verwandter Schälte sie Da ist es nicht verwunderlich, dass sie zu ihren Relikten flieht Ich muss sie jedoch dazu bringen, ihr Schicksal zu erfüllen Ja, das hast du nicht so ganz geschafft, ne? Man berichtet mir, dass Zelda zur Quelle der Weißheit gegangen ist Dies ist womöglich ihre letzte Chance Erwachen ihre Kräfte in Rannell nicht Gibt es kaum noch eine Hoffnung Wenn sie auch diesmal erst wieder erfolglos rückkehrt Werde ich sie trösten, anstatt sie zu schelten Die spirituellen Übungen, die ich ihr nun seit 10 Jahren auferlege Waren vielleicht ein Irrweg Vielleicht erwachen ihre Kräfte der Versiegelung auf andere Art Meine Hoffnung ist, dass die Erforschung ihrer gliebten Relikte Ihr zu Einsichten über ihre Kräfte verhilft Doch vorerst werde ich die Rückkehr meiner Tochter erwarten Nicht als König, sondern als Vater Naja, und wie es da ausgegangen ist, wissen wir ja Der Guck ist hier irgendwo in der Richtung Warte mal Da ist ja noch so ein Weg, den hab ich noch nicht gefunden Der müsste genau da sein Hier, das kann ich kaputt machen mal Wartet mal Ohne Waffe Einfach mal hier hochschmeißen und dann Hoffen, dass es kaputt geht Perfekt Aber Röstkabel, sehr nice Weg da, ich muss hier runter Umgekippt So Okay, nicht hucken doch Oh, da ist auch noch ein Weg Was? Ey Das verarsch mich nicht, Mann Geht doch Fünf Rubine, hier ist auch noch eine Kiste Der mir noch fehlt Ich kann mal an hier Feuer zünden Yo, ich glaub hier kommt der Schrein noch raus Denn ich hatte ja gesagt, im Schloss ist irgendwo ein Schrein versteckt Und der ist hier Perfekt Hab ich ja jetzt auch einen guten Punkt, mich mal hier rein zu teleportieren Aber ich geh eh nicht mehr raus Nicht bevor ich gerade noch Musik habe Keine Sorge, Leute Hab ich jetzt nicht vor Ganz schön heiß hier, war Link? Sasu, Cosa, Schrein, den Schrein mache ich jetzt natürlich noch Ich weiß nicht, wo der Kroc ist, ne? So, rein hier, Link Auf geht's So, was haben wir denn hier jetzt zu erwarten Ne Kraftprobe Schwierig sogar Oh Eisfalle sind ausgerüstet, perfekt Rüstung weg hier Also die Kroc-Maske So Und ich hab, ja, ich hab genug Waffen eigentlich Komm Versuchen wir's mal hier mit Oh, warte mal Da sind, äh, hier sind gar keine Sockel Sehe ich gerade Dafür sind so Kisten im Boden Na, du schießt diesmal nicht So, du kleiner Sack Du kriegst richtig auf die Fresse Okay, mir einschlipp, beeil dich mal Haha Schrecklich kaputt, scheiße Da ist schon kaputt Und jetzt muss ich das Ding hier hochziehen, oder was? Ja, perfekt Master-Shirt möchte ich jetzt auch nicht benutzen Ich brauch echt n Dings, ey Mal wieder ein 2 hinter Komm, greif an Ey, ich kann doch gar nicht so schnell ausweichen, wie der auch zuhaut Wie er brennt Ey Absolut hier Wieder hoch damit Komm schon Jetzt hau mal richtig drauf, Link Bis die Ausdauer leer ist, komm Oh, verdammt Oh, verdammt Guter Treffer, ey Ey, er schießt direkt wieder, wisst ihr Ich hab gar keine Fähne mehr, glaube ich Ich muss mich heilen eben Bam Und jetzt nochmal draufhauen Okay Vielleicht kam Bock mir Oh, den hab ich richtig zugesetzt Nix da Ich hab mich noch mal mit einfrieren So, sehr schön Fies, aber echt so blöde gerade Alles gut, danke schon Okay Ne, 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 ne Zweichen da muss ich nehmen Down, komm Perfekt damit Perfekt Oh, ich hab gar keinen Platz mehr für die Waffen Stimmt, ja Hier die ganzen Sachen nehme ich mit Erstmal die Materialien Und dann gucken wir, was wir nehmen können Was wir hier lassen Komm hier Guck mal weg Echte Axt mit Komm, jetzt kommt der Stab aber auch weg hier Ne, der Stab weg Wie gesagt Schon besser Damit können wir jetzt richtig viel machen Im Schluss Truhe nicht vergessen Genau Sehr schön Feuerschwert Ja, so klasse Ich tausche aus Komm, ich tausche mein Feuerschwert aus So, weg damit Nehmen wir das andere mit Das neue Das hat glaube ich Ah, okay Hat einen Nehmeffekt Weitwurf Gibt mir jetzt auch nicht so viel Weil ich es nie werfe Gut Fertig mit dem Schreien Jetzt hole ich noch mal den Krok Der kann auch draußen sein Über mir Glaube ich jetzt wieder Egal, erstmal rausgehen hier Zeichne, Bewehrung mitnehmen Perfekt Zack Nummer 4 Und tschüss Wir haben tatsächlich schon 179 Koks gefunden, Leute Ich habe wahrscheinlich jetzt wieder den Ladebeschirm weggemacht, aber Ja Schon nicht schlecht, muss ich sagen Weg Komm, weg Mit dem Vieh Ach, hier ist ja auch noch richtig viel Zu sehen Ja, komm Weg, du olles Vieh Ja, nimm doch jetzt die Flügel mit, Mann So Kann ich nicht einfach Ah, die kann ich nicht ausöffentlichen Wo sind die Exile-Force-Stimmte? Boah Der hat reingezimmert Zack Weg ist er Oh Ist also ein Bunk schießt du, ey Okay, kannst du haben Hatte noch 14 hat der, ey Der arme Zack Weg Ja, toll So Gesammelt Achso, die Korkmaske Kann ja nicht mehr ausschlagen Wenn ich die nicht mehr aufhabe Schon hier Schlägt die hier noch aus Hier unten? Nö Hier unten nicht mehr Obst, da auch noch ein extra Fass, oder? Treffer Bin doch nicht getroffen Verdammt Was ist er denn gerade abgehauen? Welche Richtung? Hier ist wieder ein Kork, seht ihr? Ja, spring runter Du Held Verdammt Der ist im Vorteil hier Ich schiebe jetzt auf ein Elektrofall 1, was ist er? Hier ist er Er hat wieder untergegangen ist erst, ey Er hat auch Pfeile gesetzt, aber er war auch ein Bogenschütze Dann gehe ich jetzt mal hier raus Weil ich bin ja einmal hier hingeflogen Da war ja auch ein Korki irgendwo Das hätte ich schon mal ausgeschlagen Auf der anderen Seite ist ja der Kerker, wenn ich jetzt hier rausgehe Das hier raus schwimmt, Tatsache Ne, ich will mal hoch hier erstmal Hoch Komm, wir wollen die Sturme einfach benutzen Schaden kannst du nicht Wenn ich hier will Ja, hier ist ein Geschütz Irgendwo Da oben auch Wo ist das Geschütz hier? Ach nee, es war da noch ein Wacker da hinten Warte mal, ist hier unten vielleicht was? Da ist ein Kork Hochheben, genau, danke Wow, ah, Donut getroffen, schade Mein Kollege, mach ich jetzt platt, passt mal auf Zack, sieht er mich wieder nicht So, jetzt sieht er mich wieder Komm her, Kollege Was willst du von mir? Schieß Bam Jetzt auch noch ein Kork Krass Hätte ich jetzt nicht mehr mitgerechnet Dass hier auch noch einer ist Ist der auch hier oben drauf? Oder ist der drin? Ich hoffe, der ist hier oben drauf Irgendwo Hä, wo sind die Sachen hin? Hier, hier liegen sie noch Okay Noch eins, so Schraube noch Hier in dem Turm vielleicht drin Da oben drauf Ich hab's ja gesagt Ja, hier ist er Oh, sind ein paar viele Ballons Bam Zack Sind die Ästlichen Da Geschafft Da ist er Geschafft Ich hab' dich gefunden, mein Kleiner So, ich glaube, jetzt können wir wieder zurückgehen, oder? Aber wenn ich hier noch ein Kork draußen ist, dann Pech Da muss ich die später nochmal holen Ich meine, hier kann ich ja eh schnell hinfliegen Und mich teleportieren sogar Mit dem Schein da hinten So Ey, hier ist ja ein Feuergroßschwert Hab' ich gar nicht gesehen gerade Hätte er auch benutzen können, der Warte, was denn hier ist? Geht's hier noch rein? Nee, ich dacht schon, ey Zum Glück Geht's da nicht mehr rein Ich kann hier auch klettern, ne? Geht, glaube ich, ein bisschen schneller Ist jetzt wieder außen rumzulaufen So Ist hier noch ein Krok Nee, nee Oder war das der drauf? Ist noch einer Scheiße Da haben sie den jetzt wieder versteckt Nicht hier hinter, oder? Würde mich stark wundern Wo könnte der denn sein? Ich bin da unten Vielleicht beim anderen Eingang noch? Reicht das so weit? Ja, ich geh da mal hin Kommt Naja, nicht mehr jetzt unbedingt Denn ich gucke gerade mal vor Uhr So weit werde ich nicht mehr kommen Jetzt, aber ich geh nochmal zurück Zur Bibliothek Da kann ich mich ja nochmal umgucken In dem anderen Gang Wo geht der eigentlich hin? Ach, das ist eine Sackgasse quasi Okay, dann geh ich da nochmal gucken Ach, guck mal Jetzt wird alles zu hier Aua Erschlagen von der Tür da Von der falschen Hier ist ja quasi jetzt echt eine Sackgasse Hier geht es gar nicht lang Ach doch, hier hoch Oder wo geht es hier hin? Äh, ein Felsenspalter Krass Ey Nutze ich den noch einmal Hierfür Ah, hier ist so eine Säule rausgeschlossen Aus dem Boden Verstehe Deswegen geht es hier nicht weiter Na, aber mehr scheint hier nicht zu sein, ne? Warte, auf die Karte gucken Ne, da ist nicht mehr, okay Was kann ich denn jetzt liegen lassen Hier für den Felsenspalter? Komm Nein Boah, jetzt nimmt er wieder das Eischwert mit dem Trottel So Ey, du sollst hier nicht klettern Kollege Geht es denn da überhaupt durch? Da unten, wo ich hin will Ich glaube nicht, ne? Ist doch noch ein extra Post Ey, ich will gar nicht ganz übersehen So, da kann ich jetzt eine Schwachhilfe nutzen Zum Beispiel hier Zack Da kriege ich dir eh mehr Schaden, als er dann, wenn er fein ist Ist ja noch ein extra Post irgendwo Hier oben, oder was? Da? Hast du Oh, der hat doch Pfeile Oha Ey, Bogen bitte So Dam Nochmal, komm Tschüss So So, ich hab die Bibliothek jetzt gesäubert Wenn ja, dann kann ich mich das nächste Mal hier in Ruhe umgucken Genau, Leute Das war's dann für heute Danke fürs Einschalten Wenn euch die Folge gefallen hat Nicht vergessen zu liken und zu abonnieren, ne? Wie immer Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein, wenn wir hier weitermachen im Schluss Bis dahin Tschö Euer Basukasu Tschö Tschö Schö Tschö